Ein Kollege von mir hat sage und schreibe vier Lebensversicherungen und keinen Überblick mehr drüber. Freunde von mir fragen sich jeden Monat, wo ihr schwer verdientes Geld eigentlich hingekommen ist. Eine Bekannte hortet ihr ganzes Geld auf dem Girokonto, weil sie nämlich keiner Bank traut. Und ich selber habe vier Tagesgeldkonten, von denen ich zwei gar nicht mehr nutze. Wie ihr euer Geld schlau organisiert, so dass ihr stets einen Überblick habt und das für alles vorgesorgt ist, darüber reden wir heute in diesem Video. Ich bin Saidi von Finanztip und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mit diesem Video beginnt unsere Serie Alles fit mit eurem Geld. Wir zeigen euch, wie ihr eure Geldgeschäfte optimal organisiert, wie ihr effektiv spart, um euch ein Vermögen aufzubauen und wie ihr eure Ausgaben senkt. Heute geht es darum, welche Konten ihr überhaupt braucht und wie ihr am besten wohin spart. Was jetzt kommt, ist so ziemlich der Kern von Finanztip überhaupt. Und so simpel dieser Kern auch ist, so ernst meine ich es mit dem. Ihr braucht im Leben im Wesentlichen nur vier Gelddinge. Vier Töpfe, auf die ihr euer Geld verteilt und mit denen ihr euer ganzes Geldmanagement bestreiten könnt. Nummer eins, ein kostenloses Girokonto, wahrscheinlich bei einer Direktbank. Nummer zwei, eine günstige Kreditkarte, die optimalerweise bei diesem Girokonto mit dabei ist. Nummer drei, ein gut verzinstes Tagesgeldkonto bei einer anderen Bank. Andere Bank, das ist wichtig, da komme ich nachher noch dazu. Und Nummer vier, ein Sparplan auf einen weltweit anlegenden ETF, auf einen Aktienindexfonds und das Ganze bei einem kostenlosen Wertpapierdepot. Und innerhalb eurer vier Töpfe gibt es zwei regelmäßige Geldströme und zwar in Form von zwei Daueraufträgen. Dauerauftrag Nummer eins von eurem Girokonto, auf euer Tagesgeldkonto, fürs kurzfristige Sparen. Und Dauerauftrag Nummer zwei von eurem Girokonto, auf euren ETF, für den langfristigen Vermögensaufbau. Und beide Daueraufträge, ganz wichtig, sollten abgehen, kurz nachdem Geld auf euer Konto eingeht. Also zum Beispiel nach dem Gehaltseingang. Im Zweifel am Monatsanfang, zum Beispiel mit der Miete mit. Und wie hoch sollten die Daueraufträge sein? Naja, das hängt ganz extrem von eurer individuellen Situation ab, wie alt ihr seid und wie viel Vermögen ihr schon habt. Aber 10% aufs Tagesgeldkonto und 10% auf euren ETF, das ist schon mal ein guter Anfang. Also 20% insgesamt fürs Sparen, für den Vermögensaufbau. Glaubt mir, selbst wenn ihr im Leben nie wieder ein weiteres Konto, ein weiteres Depot oder eine weitere Altersvorsorge macht. Mit diesen vier Töpfen allein werdet ihr wahrscheinlich sehr viel besser dastehen als sehr viele Deutsche. Warum? Weil ihr nämlich keine undurchschaubaren Finanzprodukte habt, keine Geldanlagen, die ihr nicht so ganz durchblickt und vor allem für die ihr viel zu hohe Kosten zahlt. Welcher Topf ist wofür? Eine Kreditkarte braucht ihr mindestens, wenn ihr im Urlaub das Euroland verlasst. Also zum Bezahlen und Abheben in fremden Währungen. Besonders tolle Kreditkarten in Verbindung mit einem guten Girokonto, die ersetzen sogar die IC-Karte, sodass ihr alles mit der Kreditkarte machen könnt. Nur noch eine Karte. Super, oder? Euer Tagesgeldkonto ist zum einen für euren Notgroschen, also für eure eiserne Reserve. Der ist dafür da, wenn mal was Blödes passiert, was unvorhergesehen ist. Und zum anderen ist es euer Sparkonto. Für größere Ausgaben, die mal anfallen, wie zum Beispiel eine Autoinspektion. Aber auch für die Dinge, auf die ihr euch freut, auf die ihr spart, zum Beispiel der nächste große Urlaub. Die Sachen kann man auch trennen, da komme ich nachher noch dazu. Aber selbst wenn ihr nur ein Tagesgeldkonto habt, könnt ihr damit gut klarkommen. Euer ETF ist eure langfristige Geldanlage. Euer wirklicher Vermögensaufbau und damit für eure Altersvorsorge. Da stecken hauptsächlich Aktien drin und die sorgen über Jahrzehnte für die wirkliche echte Rendite. Und euer Girokonto? Naja, da gehen zum einen natürlich eure Fixkosten runter. Und zum anderen ist das natürlich zum Geldausgeben da. Und zwar zum Geldausgeben mit Freude. Denn wenn eure Daueraufträge richtig eingestellt sind, dann braucht ihr auch kein schlechtes Gewissen mehr haben. Denn fürs Sparen ist ja dann gesorgt. Dann braucht ihr euch auch nicht an ein fixes Budget halten, sondern könnt beruhigt Geld eben ausgeben. Es gibt zu dieser Vierer Grundausstattung aus Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeld und ETF natürlich verschiedene Ausbaustufen. Die können in eurer individuellen Situation total Sinn machen. Aber fragt euch bei jedem zusätzlichen Vertrag, ob der finanzielle Nutzen wirklich den Aufwand wert ist. Klar, geschenktes Geld von eurem Arbeitgeber, das wird niemand liegen lassen. Zum Beispiel, wenn ihr vermögenserksame Leistungen bekommt oder Mitarbeiteraktien. Oder wenn euer Chef euch eine betriebliche Altersvorsorge bezahlt. Oder anders, wenn ihr drei Kinder habt, dann solltet ihr wahrscheinlich die Riester-Zulagen mitnehmen. Die erste Ausbaustufe, die für viele von euch Sinn macht, ist ein zweites Tagesgeldkonto. Das empfehle ich vor allem denjenigen von euch, die gern mal den Überblick über ihren Kontostand verlieren und deshalb zu viel ausgeben. Das zweite Tagesgeld dient dazu, eure Notgroschen auf dem ersten Tagesgeld von eurem Sparen zu trennen. Das Sparkonto dient dazu, dass ihr Ausgaben dort habt, die ihr in ein paar Monaten oder Jahren mal tätigen müsst. Das kann zum Beispiel der Jahresbeitrag für eure Autoversicherung sein. Aber auch das Sparen für den nächsten schönen Wagen. Mit dem Sparen, also mit dem Dauerauftrag, macht ihr das so. Zunächst einmal lasst ihr den Notgroschen auf eurem ersten Tagesgeld volllaufen. Und zwar, bis da mindestens drei Netto-Monatsgehälter drauf sind oder mindestens 3.000 Euro. Bevor ihr nicht mindestens 3.000 Euro auf der Seite habt, braucht ihr über andere Geldanlagen gar nicht erst nachdenken. Ausnahme wäre höchstens ein kleiner ETF-Sparplan, zum Beispiel 50 Euro im Monat, damit ihr mit eurer Altersvorsorge schon mal anfangt. Wenn der Notgroschen dann voll ist, dann stellt ihr den Dauerauftrag auf euer zweites Tagesgeld auf euer Sparkonto um. Und dort sammeln sich dann die Rücklagen für all die Ausgaben, die ihr früher oder später mal ausgeben werdet. Gleichzeitig könnt ihr an der Stelle dann darüber nachdenken, ob ihr nicht euren Dauerauftrag auf den ETF erhöht. Euer Notgroschen, also die drei Netto-Gehälter, beziehungsweise die 3.000 Euro, sind wirklich eure eiserne Reserve. An die geht ihr grundsätzlich nicht mehr ran. Außer es kommt wirklich zu einer Notlage. Zum Beispiel eure Waschmaschine geht kaputt und ihr habt gerade dafür nicht genug auf dem Sparkonto. Wenn ihr mal wirklich an euren Notgroschen ran müsst, dann lenkt ihr den Dauerauftrag vom Sparkonto wieder zurück auf den Notgroschen, bis der wieder voll ist. Was ist eigentlich der tiefere Sinn von zwei Tagesgeldkonten? Macht doch nur Aufwand, oder? Naja, habt ihr euch vielleicht schon mal dabei ertappt, dass ihr für einen schönen Urlaub zum Beispiel eure Ersparnisse abgeräumt habt und damit auch eure Notgroschen? Seht ihr, mit zwei Tagesgeldkonten, da coacht ihr euch praktisch selbst. Der Notgroschen auf dem ersten Tagesgeld, der wird quasi weggesperrt und den schaut ihr auch gar nicht mehr an. Naja, den Login sollt ihr jetzt nicht gleich wegschmeißen. Aber eben möglichst nicht mehr anrühren. Und aktiv arbeiten tut ihr mit Topf Nummer 5, mit dem Sparkonto. Für all die schönen und teuren Sachen, die ihr mal ausgeben wollt. Euer Notgroschen sollte ja bei einer anderen Bank sein als euer Girokonto. Auch das ist Selbstcoaching. Ihr seht dann nämlich den Notgroschen nicht mehr so oft. Und das weckt dann auch gar nicht so oft Begehrlichkeiten, dass man da mal rangeht. Schön liegen lassen. Euer Sparkonto dagegen kann auch bei eurem Girokonto mit dabei sein. Das ist ganz praktisch, weil das sieht man dann beides im Online-Banking. Aber es wird ganz oft so sein, dass eine andere Bank bessere Tagesgeldzinsen anbietet als eure Hausbank, wo euer Girokonto ist. Und wenn ihr recht viel drauf habt auf eurem Sparkonto, zum Beispiel so ab 10.000 Euro, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eine dritte Bank zu nehmen, wo ja euer Sparkonto hinlegt. Aber auf keinen Fall euer Notgroschen und euer Sparkonto, also die beiden Tagesgeldkonten, bei derselben Bank haben. Immer schön aufteilen. Müssen dann drei Banken eben sein. Ganz ähnlich ist es mit dem Wertpapierdepot für euren ETF. Das kann schon gerne bei eurem Girokonto mit dabei sein. Wieder alles auf einmal im Blick. Aber Online-Broker bieten oft kostenlose und günstige Depots woanders an. Da kann es langfristig schon Sinn machen, dass ihr ein gesondertes Depot eben macht. Und außerdem finde ich, dass es noch einen anderen Sinn hat. Die Anlage von ETFs ist ja langfristig gedacht. Wenn ihr jetzt euer Depot mit eurem ETF beim Girokonto mit dabei habt, dann geratet ihr wieder in Versuchung, da täglich drauf zu schauen. Ihr startet auf den Tageskurs. Und wehe, wenn der mal 5% ins Minus geht. Dagegen, wenn der ETF auf einem gesonderten Depot liegt, dann seht ihr das nicht so oft. Und dann bleibt er viel cooler. Eine weitere Ausbaustufe wäre eine Anlage in Festgeld. Das macht dann Sinn, wenn ihr größere Beträge längere Zeit rumliegen habt und die einfach auf dem Festgeld mehr Zinsen bringen. Das passiert öfter, als man meint, dass irgendwo auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto große Beträge rumliegen. Und auf dem Festgeld gibt es da halt einfach mehr Zinsen. Wie ihr das so baut, dass ihr trotz Festgeld immer wieder an Geld rankommt über eine sogenannte Festgeldtreppe, dazu schaut ihr euch am besten mal unser Video zu Festgeld an. Wer seine Töpfe noch besser trennen möchte, also nächste Ausbaustufe, der kann ein zweites Girokonto eröffnen. Das nennen wir dann Spaßkonto. Von eurem ersten Giro gehen dann die Fixkosten, wie zum Beispiel die Miete runter und auch alles, was ihr wirklich zum Leben braucht, also Essen. Und auf das zweite Girokonto macht ihr auch einen Dauerauftrag. Und zwar für alles, was ihr euch gönnen möchtet. Und dieses Spaßkonto könnt ihr dann mit Wonne einmal im Monat abräumen. Wenn ihr das so macht, mit den ganzen Ausbaustufen, dann habt ihr wirklich die perfekte Geldorga. Ihr habt einen Topf für jeden Zweck und wisst immer, wo ihr Geld für was hernehmt. Aber mit Spaßkonto, Sparkonto und Festgeld sind es dann schon sieben Töpfe. Bei mehreren Banken. Da könnt ihr schon leicht den Überblick verlieren. Und ich persönlich finde, dass Überblick und Einfachheit sehr wichtig sind. Und deshalb reicht für viele von euch wahrscheinlich auch die sogenannte Vierer-Grundausstattung. Also ein Tagesgeld, ein Girokonto, Kreditkarte und ETF. Übrigens, neben den ganzen Konten gibt es natürlich auch ein paar Versicherungen, um die ihr nicht drum herumkommt. Welche das sind, welche man machen kann und von welchen man die Finger lassen sollte, dazu haben wir schon mal ein eigenes Video gemacht. Das findet ihr rechts oben. Wenn ihr unsere Tipps zu den ganzen Töpfen umgesetzt habt, dann habt ihr schon die besten Voraussetzungen für einen guten Vermögensaufbau. Im zweiten Teil unserer Serie, Alles fit mit eurem Geld, wird es darum gehen, wie ihr effektiv spart, wie ihr einen guten Überblick über eure Ausgaben gewinnt und dabei eventuelle Sparpotenzial entdeckt. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Und schreibt uns unten bei den YouTube-Kommentaren, ob unsere Tipps zur Geld-Orga euch jetzt weitergeholfen haben oder nicht. Wir bei Finanztip möchten, dass ihr die richtigen Finanzentscheidungen trefft, dass ihr keine Fehler macht und dadurch eine Menge Geld spart. Wir arbeiten ausschließlich im Interesse der Verbraucher und werden euch deshalb nur die Tipps zur Geld-Orga geben, die wir selbst auch machen würden, auch wenn wir alle da nicht perfekt aufgestellt sind. Mit unserem wöchlichen Newsletter bekommt ihr nicht nur unser Video der Woche mit, sondern viele weitere Tipps, wie ihr Geld sparen könnt und eure Ausgaben senken könnt. Klickt dazu mal links auf das Finanztip-Logo und meldet euch zu unserem Newsletter an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.